Ein Seat Ibiza steht hier zum Verkauf. Die rote Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 15.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partygefilter, Tempomat, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017